Hallo meine Lieben, ich bin zurück von der Kreativa und gleich seht ihr einen Zusammenschnitt. Einmal den Hole, also die Sachen, die ich mir gekauft habe. Und ich habe dieses Mal von der Kreativa immer nur die Stände gefilmt, wo ich auch was gekauft habe. Also, das habe ich deswegen gemacht, weil theoretisch die Kreativa dieses Mal genauso war wie letztes Jahr. Selbst einige Stände waren tatsächlich an der exakt gleichen Stelle mit tatsächlich fast den gleichen Sachen. Also, Neues gab es jetzt nicht für mich auf der Kreativa. Ich habe trotzdem einiges eingekauft. Und was das ist, werde ich euch natürlich gleich zeigen. Ja, wie hat mir die Kreativa gefallen? Die hat mir ganz gut gefallen. Bis auf letztes Jahr hatte ich ja auch dieses Fünf-Tages-Ticket und dann war der Parkplatz inbegriffen. Also, ich musste dann die Parkplatzgebühren nicht bezahlen. Und dieses Mal haben sie mir dann auf Anfrage gesagt, dass ich halt das Parken trotzdem extra bezahlen muss. Also, sieben Euro pro Tag. Und, ja, das andere Problem war, dass es diesmal anscheinend noch wesentlich mehr besucht war als letztes Jahr. Weil ich zum Beispiel am Samstag einen Parkplatz so weit weg bekommen habe, dass ich erstmal bestimmt vier Kilometer oder fünf sogar bis zur Kreativa laufen musste, um überhaupt dort anzukommen. Das war schon ganz schön heftig. Und, ja, da waren auch einige Baustellen, wo man dann noch so einen kleinen Umweg auch gehen musste. Das war, ja, ein bisschen schwieriger. Aber es ist natürlich alles gut ausgeschildert gewesen, dass man alles gut finden konnte. Aber besonders der Samstag war wirklich krass. So krass, dass ich mich entschieden habe, am Sonntag nicht mehr hinzugehen. Aber da ich ja die anderen Tage da war, war das auch völlig in Ordnung. Ja, am Freitag war ja eigentlich ein Fantreffen geplant. Und einige von euch hatten ja auch abgesagt. Ein paar haben krank geworden oder mussten arbeiten oder wie auch immer. Und so bin ich dann am Freitag alleine über die Kreativa gelaufen. Das war aber auch völlig in Ordnung. Da habe ich dann nochmal meine Einkäufe, die Sachen, die ich mir die Tage vorher halt ausgeguckt hatte, dann noch gekauft. Und das war auch ganz in Ordnung. Freitag ging es auch noch von der Masse her, von den Leuten. Nur wie gesagt, der Samstag war wirklich ganz schlimm. Es war richtig krass voll. Man ist die ganze Zeit geschubst und gedrängelt worden. Und ja, da war es einfach sehr voll. Okay, ihr Lieben, jetzt will ich gar nicht mehr groß rumquatschen, sondern euch zeigen, was ich alles geshoppt habe. Ich habe mir das so überlegt, ich werde zeigen mit der Kamera von oben, was ich gekauft habe. Und dann werde ich den entsprechenden Shop euch zeigen, wie der halt aussah oder der Stand eben, der Messestand, wo ich das gekauft habe. Also ich werde das so hinschneiden, dass ich dann immer versuche, von dem Stand dann auch was zu zeigen. Genau. Ich glaube, alle Stände habe ich an meinem Filmtag, ich bin dann einen Tag hingefahren und habe dann wirklich die ganzen Sachen gefilmt. Und das Ungünstige war, ich habe mir dafür den Samstag ausgesucht. Das werde ich nie wieder tun, weil da war es wirklich schwierig zu filmen, weil es einfach so voll war. Aber ich habe es trotzdem an manchen Stellen geschafft und wenigstens jeden Stand mal so kurz gefilmt oder die meisten zumindest. Ich glaube, ein oder zwei Stände habe ich dann, glaube ich, nicht mehr entdeckt, wo ich Kleinigkeiten gekauft habe. Fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Okay, ihr Süßen. Ja, das ist hier jetzt natürlich theoretisch ein Werbevideo, allerdings unbezahlt. Ich habe jetzt von diesen Messeständen oder so nichts bekommen dafür. Ich habe die Sachen alle gekauft, wie ihr seht. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Haul und eben kurzer Ausschnitt der Messe zu sehen. Morgen, ihr Lieben. Ja, ich bin jetzt hier bei meinen Freunden in Dortmund und fahre jetzt los zur Messe. Heute ist der erste Tag und ich bin gespannt, ob es so ist wie letztes Jahr oder ob sich viel verändert hat. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall dann nochmal melden, wenn ich dann bei der Messe bin. Bis gleich! Als erstes beginne ich mit Ideen mit Herz. Da habe ich einiges gekauft, also was heißt einiges, aber ein paar Sachen halt. Ein Geschenk für jemanden, den wackelnden Kackaufen, den kennt der ein oder andere vielleicht von meiner Woundtour. Den will ich gerne verschenken. Dann geht die Tochter von meiner Freundin nächstes Jahr in die Schule. Und da habe ich mir gedacht, Schultüten, die schaden nie. Und hier sind drei Stück drin, solche kleinen. Und hier sind dann auch noch 3D-Motiv-Sticker extra für Einschulung. Und damit werde ich dann das Ganze hier dekorieren. Das habe ich mir dafür schon geholt. Dann habe ich mir hier noch ein bisschen Werkzeug geholt zum Modellieren für Mixed Media. Das fand ich ganz cool. Das sind so drei Kunststoffspachtel in verschiedenen Formen. Ja, Kleber brauchte ich sowieso unbedingt, aber ich muss nochmal gucken, weil ich bin mir ganz sicher, dass ich noch mehr von diesen Tapes gekauft habe. Und irgendwie sind aber ein paar Sachen verschollen, die ich gekauft habe. Also entweder habe ich die bei meinen Freunden vergessen oder sie fliegen noch irgendwo in meinem Auto rum, dass sie aus der Tüte rausgerutscht sind und irgendwie hinterm Sitz liegen oder so. Da muss ich nochmal gucken. Also von denen habe ich auf jeden Fall mindestens drei Stück gekauft. Das weiß ich. Und zwar nicht nur von den 6mm, sondern auch 9mm. und zwei von den noch schmaleren, ich glaube, drei oder so hatten die Millimeter. Also die ganz kleinen. Und dann hier eben von dem Ultra Power super starken blauen Kleber. Da muss ich in meinem Auto nochmal gucken. Ich hoffe, da liegt es noch, weil da liegt nämlich dann auch noch etwas, was ich für meine Freundin gekauft habe. Und das wäre echt doof, wenn das weg wäre. So, dann habe ich diese süßen Fuchsaufkleber. Die fand ich so niedlich, die mussten unbedingt mit. Die haben auch, glaube ich, nur einen Euro gekostet oder so. Also die waren echt günstig und dafür mussten die auf jeden Fall mit. Und dann habe ich mir hier solche Glitzersteinchen noch gekauft, die man sich dann zurechtschneiden kann. Einmal in so ein bisschen golden und dann hier so ein leichter Grünton. Ja, und die sind halt holographisch, glänzen die und die fand ich super schön. Ja, das war schon mal Ideen mit Herz. Wie gesagt, eigentlich fehlen hier noch ein paar Kleberbänder. Wie gesagt, ich muss schauen, wo ich die habe. Also ihr könnt jetzt statt Blume, ihr könnt da jetzt zum Beispiel aus die Natur steigen, ihr könntet auch eine riesengroße Schmuckiwelle da jetzt draufkleben zum Beispiel. Oder was auch toll ist, wenn man mit dem Perlenpennen da noch drauf geht. Das ist genau das gleiche Material, dieses Kunststoffartige, Perlenpennen kennt wahrscheinlich auch jeder. Nein. Den nächsten Shop, den ich euch zeigen möchte, wo ich geshoppt habe, ist La Blanche. Den habe ich auch letztes Jahr auf der Kreativa schon gesehen. Der Stand sah genau aus wie letztes Jahr. Hatte sehr vieles, was letztes Jahr auch schon war. Hatte aber auch so ein paar neuere Sachen. Und ja, ich konnte einfach nicht widerstehen. Letztes Jahr habe ich in diesem Shop sehr, sehr wenig gekauft, weil ich aber auch einfach bei der Kreativa gar nicht so viel Geld ausgeben wollte. Dieses Jahr war das ein bisschen anders. Da habe ich schon ein wenig Geld ausgegeben. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier Schönes geshoppt habe. Ich kippe die Tüte gerade einfach mal raus. Das Schönste hat sich hier schon versteckt gerade. Ja, einmal hier solche Röschen. Und die sind aber so ein bisschen schaumstoffmäßig. Also so ein bisschen, als wenn die aus so ganz feinem Styropor wären. Also man sieht jetzt keine Poren oder so, aber so ganz, ganz fluffig und weich sind die. Da konnte ich nicht widerstehen. Sind total schicki. Dann super, super, mega schick. Das sind diese Teile hier. Das sind dann einfach so Klammern, wo man halt dann Papier mit festhalten kann. Zwei Stückchen da drin. Und die haben halt 5 Euro gekostet. Und ich finde die super schön. Ich habe die auch schon mal bei jemand anderem in einem Video gesehen. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen bei wem. Aber die mussten unbedingt mit. Die fand ich einfach so Zucker. Dann habe ich hier solche Teile mitgenommen. Und die sind dann für Kisten, wenn man sich so Kästchen macht und dann eben Füße unten haben möchte. Da oben seht ihr es, glaube ich, ganz gut, wie die aussehen. Die sind ja dann so rum. Und so sehen die dann aus. Die fand ich auch sehr schön. Die habe ich mir auch einmal mitgenommen. Und dieses Köpfchen, was ihr hier seht, das ist eine Eule. Erkennt ihr vielleicht im Video nicht so gut. Und da sind natürlich vier Stück drin. Dann sind hier noch so ein paar Rosen. Das ist so ein, so ein Sträußchen zusammen gedreht. Man kann die aber auch einzeln benutzen. Und überhaupt, dieser Stand war halt sehr auf Mixed-Media-Sachen ausgelegt. Und dann habe ich hier für fünf Euro so ein super Wachs mitgenommen. Das ist so ein Creme Champagner Ton. Heißt Kamelon. Da könnt ihr das sehen. Und das riecht, wenn man das aufmacht, so voll nach Zitrone. Und die haben auch ein bisschen dort damit gearbeitet. Und ihr seht schon, hier auf meinem Finger jetzt, was für einen super schönen Schimmer das hat. Was für eine tolle Farbe das ist. Und das riecht mega lecker. Also die anderen Wachse, die ich habe, wenn man da sehr nah dran ist und dran riecht, dann stinken die irgendwie. Allerdings, wenn der Duft so ein bisschen, der ganz strenge Duft so ein bisschen verflogen ist, dann riecht es wieder gut. Aber das hier riecht von Anfang an schon total nach Zitrone. Voll lecker. Ja, das war so ein bisschen Mixed-Media, was ich in diesem Shop gekauft habe. Als nächstes habe ich bei Hobbyplotter.de eingekauft. Und auch hier mache ich das wie vorher. Ich kippe einfach mal die Tüte aus, wobei ich gleich hier was wegsortieren muss, was nämlich nicht mit von dem Shop war. Ach, hier guckt mal, da ist schon wieder ein Tape auf jeden Fall aufgetaucht. Nein, beide gleich. Da sind sie, jawohl. Die liegen also nicht im Auto. Da sind nochmal die zwei 9mm, die ich noch gekauft hatte. Also das war hier ja von Ideen mit Herz. Schwupp. So, die lasse ich gerade mal auf meinem Schoß liegen. Ja, und bei Plotter.de, seht ihr, habe ich ein bisschen mehr Geld auch ausgegeben. Die Abonk packe ich mal an die Seite. Und zwar habe ich mir einmal ein Ersatzmesser für meinen Plotter gekauft, weil ich sowieso langsam eins brauchte. Und zwar ist das für dünne Stoffe oder eben für feines Papier und so weiter. Und ja, das ist halt dann einfach ein dünnes Messerchen. Dann habe ich mir so eine Zange hier mitgenommen. Die ist dann zum Entgittern. Also wenn ihr dann die Sachen ausgeplottet habt, um dann eben die Sachen, die man wirklich haben will, rauszunehmen. Dafür ist halt so ein Tool wunderbar geeignet. Und ich hatte noch keins, deswegen habe ich es mir einmal mitgenommen. Ja, dann dieses Teil hier. Und das ist das Embossing-Toolset, um eben mit dem Plotter auch embossen zu können. Und ja, da ist dann halt einmal so ein Halter und einmal ein Teil mit einer dünnen Mine und einmal mit einer dicken Mine. Und damit kann man dann eben auf solche Metallfolien etwas embossen. Entschuldigt, Plotten, Quatsch. Embossen. Und da können superschöne Sachen mit entstehen. Da werde ich bestimmt auch mal ein Video zu machen, wenn es euch interessiert, unten in die Kommentare. Und dann mache ich dazu ein Video. Ja, und die dazugehörige Matte hier, das legt man unten drunter. Und dann seht ihr hier, dass man dann eben solche Sachen zum Beispiel machen kann. Also entweder mit dem Feinen dann hier so schöne Schriften reinmachen kann oder so Zeichen reinmachen kann. Oder eben hier mit dann die, ja solche Formen halt machen kann. Und ja, für manche Karten sieht das natürlich sehr edel aus. Und das kann man dann eben mit jeder x-beliebigen Folie, die man halt irgendwo gekauft hat, machen. Und dann habe ich mir Bügelfolien gekauft. Und zwar zwei verschiedene. Eine sehr weiche, die dann einfach so eine glatte Oberfläche hat. Also es wird dann auf dieser Seite hier geschnitten. Und dann entgittert man das Ganze. Und so rum wird es dann aufgebügelt. Und ja, so hat man dann eben eine, so wie ihr es hier auch seht, eine glatte Oberfläche, wo man dann zum Beispiel einen Schriftzug oder was man halt eben ausgeplottet hat. Und das hier, das ist ziemlich dick. Und wenn man es aufbügelt, wird das so fluffig. So, ja also dort hatten die ein T-Shirt hängen, wo dann so eine Wolke ausgeschnitten war. Und die Wolke war dann eben so richtig fluffig. Und ja, mir hat halt diese Farbe sehr gut gefallen. Und dann wollte ich das gerne mal ausprobieren. Bevor man die Sachen dann online bestellt, dachte ich mir, ach komm, probierst du mal aus. Und dann guckst du mal, wie du damit klarkommst. Ja, die hat natürlich eine super Qualität. Und da werde ich nicht so viele Probleme haben. Bei Action Papier zum Beispiel habe ich oft Probleme, dass es entweder zu doll auf der Matte klebend ist, dann kaum noch abkriege. Oder dass das Messer es nicht gut schneidet. Und hier denke ich, da es ja wirklich direkt von Canon sozusagen ist, dass das dann gut funktionieren wird. Ja, und da ich dann schon bei Folien bin, werde ich euch jetzt ganz kurz diesen Shop hier einblenden. Und danach kommen noch mehr Folien, die ihr ja hier schon habt rumliegen sehen. Die sind aber von einem anderen Shop. Ja, und das sind die Folien. Genau nebenan gab es dann diesen Shop hier. Und da hat man dann für 2 Euro eine Rolle bekommen. Und für 10 Euro 6 Rollen. Und die habe ich mir dann mitgenommen. Und zwar einmal weiß matt, weil ich denke, weiß wird man sehr oft brauchen. Dann weiß glänzend. Dann hier diesen schönen lila Ton. Ein rosa, ein dunkleres Blau. Oder ein ganz dunkles ist es nicht. Das ist schon so ein leuchtendes Blau. Und das hier finde ich richtig cool. Das ist sehr schön für Schulkinder zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera sehen könnt. Das ist nämlich reflektierend. Also wenn das Licht da drauf scheint, im Dunkeln jetzt zum Beispiel. Hier ist es ja jetzt hell. Aber wenn es jetzt hier dunkel wäre und ich würde dann meine Lampe dort direkt drauf halten, dann reflektiert es halt. Ja, und das ist natürlich total cool für zum Beispiel Schulranzen oder für Kinder einfach, um hinten so ein Sternchen oder so auf die Jacke zu machen, damit Kinder zum Beispiel besser gesehen werden. Ja, und mit dieser Folie, das ist halt ganz cool. Damit kann ich dann auch meinen Rollenschneider mal ausprobieren. Weil ich bisher halt keine Rollen hatte, die da reingepasst haben. Habe ich das halt noch nicht machen können. Aber mit denen kann ich das jetzt machen. Und dann nimmt ja der Plotter automatisch so viel, wie ich will. Und ich kann dann halt auch sehr große und sehr lange Sachen ausplotten. Und die, hat er mir zumindest gesagt, passen auf jeden Fall auf diesen Rollenschneider. Ob das tatsächlich so ist, werde ich ausprobieren. Und ja, das war halt dieser Shop. Jögis heißt das. Und ja, die waren halt wirklich sehr günstig. Und ihr seht hier wahrscheinlich, dass es ein holländischer Shop ist. Ich sehe jetzt hier auch gar nicht. Hier ist gar keine Internetadresse drauf oder so. Aber es hieß auch irgendwie so ähnlich. Aber wenn ich euch jetzt gleich den Ausschnitt von dem Shop zeige, den habe ich nur sehr kurz gefilmt. Aber ich habe auf jeden Fall oben dieses Banner gefilmt. Und da müsste auch die Adresse drauf sein. Ich werde aber auch mal gucken, ob ich es euch nicht einfach unten alles verlinke. Damit ihr direkt gleich auf die interessanten Links kommt. Ja, und das war schon dieser Shop. Der nächste Shop, in dem ich eingekauft habe, ist auch ein holländischer Shop. Und da habe ich mir zum Beispiel diese Moles hier mitgenommen. Das sind halt sehr flache Moles, wie ihr sehen könnt. Und die habe ich mir eben auch für meine Mixed-Media-Sachen mitgenommen. Wo ich dann eben mit der lufttrocknenden Clay mir hier solche Abdrücke machen kann. Oder solche Formen. Und die sind halt sehr schmal. Und das finde ich eigentlich ganz schön für Mixed-Media. Also ich mag diese ganz dicken Sachen meistens nicht. Und die mussten hier unbedingt mit. Und die haben jetzt 3,50 Euro gekostet. Da habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Einmal diese hier. Und dann hier einmal welche, wo dann so Schriften sind. Also wo so Texte quasi sind. Die man auch gar nicht so ganz lesen kann. Weil die so ein bisschen verschwimmen. Und hier fand ich halt diese Feder so wunderschön. Ja, und hier sind auch noch so ein paar andere Teilchen. Und ja, ich finde auch solche Sprüche auch immer ganz nett. Und bei dem werde ich dann natürlich gucken, dass ich das nicht hier komplett abschließe. Sondern ein bisschen das überstehen lasse. Und dann halt rausziehen kann. Damit ich dann auch eine komplette Fläche habe. Bei denen kann ich ja ruhig die Sachen einzeln nehmen. Und dann hier wirklich mit der Matte abschließen. Aber hier bei den Texten zumindest. Bei der Feder nicht. Da werde ich es auch abschließen. Aber hier werde ich es dann ein bisschen dicker lassen. Damit ich dann eben eine komplette Fläche habe. Ja, fand ich auch total schön. Und musste unbedingt mit. War eben auch 3,50 Euro. Finde ich völlig in Ordnung. So, dann habe ich hier zwei solche Totenkopfdinger mitgenommen. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt warum. Genau, die haben mir irgendwie gefallen. Wobei ich ja eigentlich überhaupt nicht auf Totenköpfe stehe. Aber irgendwie fand ich die cool. Das ist auch eine zahnlose Minna. So, da vorne könnt ihr das sehen. Da fehlt ein Zähnchen. Ja, das finde ich ganz witzig. Dann habe ich mir Buckecken mitgenommen. Einmal in Silber und einmal in Gold. Ich habe irgendwie wieder mega, mega Lust Alben zu basteln. Und das werde ich jetzt die Tage auch, glaube ich, mal wieder machen. Mir ein schönes Album machen. So, und die goldenen. Da sind hier zwölf Stück drin. Und die haben 2 Euro gekostet. Und bei den silbernen sind 16 drin für 2,50 Euro. Ja, und hier seht ihr ja auch nochmal den Link. Aber wahrscheinlich werde ich es hier unten alles verlinken. Dann habe ich hier Ecken für eine Kiste. Ihr habt ja vorhin gesehen, von dem anderen Shop habe ich ja schon Füße mitgenommen. Und hier dann eben diese Ecken. Da sind natürlich 4 Stück drin. Und haben 1,50 Euro gekostet. Und ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich nicht mehr mitgenommen habe. Weil ich die wirklich, wirklich schön finde. So, und für meinen Plotter, um dann eben auch solche Embossing-Sachen machen zu können, habe ich dann hier günstig die Folie gefunden für 4,20 Euro. Ich weiß gar nicht genau, wie viele waren denn jetzt hier drin? Genau, 25 Stück. Das fand ich echt günstig. Und ja, da habe ich mir gedacht, die müssen unbedingt mit. Gold ist sowieso immer schön. Und die waren halt wesentlich günstiger, als wenn ich sie dort von Canon direkt gekauft hätte. Da hat ein, so ein Streifen, da waren glaube ich nur zwei Teile drin. Das war halt so ein länglicher Streifen. Und der sollte 15 Euro kosten. Das war mir einfach zu happig. Und dann hatte ich halt die hier entdeckt. Und da habe ich gedacht, damit geht das auch. Super, nimmst du mit. Ja, ich werde es ausprobieren. Und dann werde ich sehen, ob das nicht vielleicht zu dünn ist. Und der Plotter mir die vielleicht kaputt macht. Aber gut, für 4,20 Euro bei 25 Stück ist es dann auch kein Wertuntergang. Ja, das war halt dieser Shop. Und da waren hier jetzt noch zwei solche Schleierchen dabei. Hier einmal so die Öffnungszeiten. Was ist das hier überhaupt? Organisiert am Dings. Achso, das ist hier Art Spezielli für Mixed Media. So ein Event. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Am 14. April. Ja, tolles Stempelfest des Jahres. Wo? In Holland natürlich. Und ja, dann die Kosten und die Öffnungszeiten. Ja, vielleicht interessiert das einen von euch. Vielleicht kommt ja jemand aus Holland und hat da Interesse. Da geht es halt um Mixed Media. Ja, und in dem Shop waren halt auch super viele Sachen für Mixed Media. Ja, und auch einen kurzen Ausschnitt von diesem Shop. Ja, von der Messe selbst war das jetzt hier quasi das Letzte. Diesen Shop habe ich dann leider nicht mehr wiedergefunden. Und ich kann euch jetzt leider nicht sagen, wie der Shop hieß, wo ich das gekauft habe. Und ich habe ihn leider auch nicht gefilmt. Aber ich hatte diesen Stempel ein, zwei Tage vorher schon gesehen und hatte mich direkt verliebt und habe dann aber gezögert, ihn zu kaufen. Und am zweiten Tag habe ich dann zugeschlagen und zwar ist hier so ein super süßes Eichhörnchen, das Häschen, ein Füchschen, ein Mäuschen, das Reh und ein super süßer Igel und hier unten noch ein Vögelchen. Und das Ganze für 8 Euro finde ich völlig in Ordnung. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stempel drauf. Und ja, knapp 1 Euro pro Stempel finde ich schon in Ordnung. Ja, wie gesagt, den kann ich euch leider nicht zeigen. Eine Sache kommt noch und zwar dieses hier. Und zwar ein schöner Holzkelch und den habe ich mitgenommen, eigentlich für unseren Gottesdienst, für das Abendmahl. Und auch hier ist eine Internetadresse und Telefonnummer und so weiter drauf. Und das Ganze hat hier 18 Euro gekostet. Das ist Olivenholz. Olivenholz ist sehr teuer und ja, es ist halt sehr schön verarbeitet. Und ich habe vor, hier mit meinem Lötkolben noch etwas reinzuschreiben. Also hebräische Schriftzeichen für, ja, was eben ein bisschen mit dem Abendmahl zu tun hat. Ich habe da schon so ein bisschen was im Kopf. Und hier habe ich eben eine schöne Fläche, wo ich dann was draufschreiben kann. Und deswegen habe ich mir den auch ausgesucht. Und das hier sieht so ein bisschen aus wie so ein fließender Fluss. Ja, das Abendmahl steht ja, also der Wein steht ja theoretisch für das Blut Jesu, was eben für uns vergossen wurde. Und das fand ich irgendwie passend, so mit diesem, wie so ein Fluss, der dann eben, ja, da hinwollt. Und ansonsten habe ich halt sehr viel Platz, um etwas draufzuschreiben. Ja, genau. Und dieser Shop, das ist hier nochmal so eine schöne Tüte. Finde ich auch ganz süß. Ja, und wie gesagt, ich werde, glaube ich, alle links unten reinschreiben, damit ihr die alle beisammen habt. Ja, und auch von dem habe ich einen kurzen Ausschnitt. Ja, und dann bin ich auch schon beim Samstag angekommen und quasi bei dem letzten, was ich dann gekauft habe. Also ich hatte noch unten ein paar Lebensmittel gekauft, also Grier, ganz leckeren und dann noch ein paar Brotaufstriche. Aber die habe ich jetzt natürlich nicht gezeigt. Die sind im Kühlschrank und die habe ich auch schon fast weggefuttert. Aber was mir gerade noch auffällt, noch ein Shop, den ich auch dann später nicht mehr gefunden habe. Hier habe ich noch so Glitzerfarbe. Und zwar ist das Textilfarbe, holographisch. Und das hat nur 50 Cent gekostet. Und deswegen habe ich das auch einmal mitgenommen. Ich mache ja eigentlich nicht so viel mit Textil, aber ich dachte mir, haben schadet nichts. Und Glitzer geht ja immer. Ja, wie gesagt, den Shop habe ich leider nicht mehr gefunden. Deswegen dazu auch kein Video. Und jetzt bin ich aber wirklich beim Samstag und somit bei der Cake Dream. Und was ich da gekauft habe, zeige ich euch jetzt. Hallo ihr Lieben. Ja, heute Samstag. Hier ist echt die Hölle los. Ich bin gerade auf dem Weg oben in die Cake Dream, weil das ja das Einzige ist, wo ich jetzt noch nicht war. Da stürze ich mich jetzt mal rein. Und ja, ich zwischendurch werde ich auf jeden Fall ein bisschen filmen. Ja, der nächste Shop, wo ich eingekauft habe, ist Chantees. So heißt der. Und ihr seht hier schon als allererstes 500 Gramm CMC-Kleber. Also das ist halt ein Pulver, was man mit in den Fondant einknetet. Und der sorgt dafür, dass der Fondant schneller aushärtet. Und damit kann man dann eben ganz toll Figuren modellieren oder wenn man Buchstaben oder Zahlen oder irgendwas machen möchte, um die halt später auf den Kuchen drauf zu pieken, dass das wirklich richtig schön fest wird und dann auch steht. Dafür ist der CMC-Kleber da. Oder das CMC-Pulver. Und ja, das ist eben so ein Binde- und Stabilisator. Und ja, den benutzt man eben, um die Sachen dann zu festigen. Und hier steht dann auch, es ist glutenfrei, genetikfrei und für Vegetarier geeignet. Das war einmal das. Dann habe ich zweimal Fondant-Ausrollpulver mitgenommen oder Puder, damit ich nicht immer so viel Speisestärke benutzen muss. Weil das hier günstiger war, als wenn ich jetzt da ständig von, ach Mensch, Backpulver kaufe, Quatsch, Backpulver stärke. Und da habe ich mir jetzt zwei Packungen von mitgenommen. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gekostet haben. Ich möchte jetzt auch nicht in den Tüten kramen wegen den Preisen, aber es hat sich schon gelohnt, diese beiden Packungen zu kaufen. Größer gab es sie nicht, deswegen habe ich zwei 250er mitgenommen. Ja, dann gab es ein Geschenkchen noch. Da ist dann eben hier dieser Stift mit der Werbung. Und die Farbe fand ich so schön, deswegen musste der auch unbedingt mit. Hier habe ich zweimal Modellierschokolade und zwei im Rot und im Blau. Und ja, ich habe auch Lust, unter anderem mal wieder einen Kuchen zu backen. Und ich habe noch nie mit Modellierschokolade gearbeitet und deswegen würde ich das echt gerne mal ausprobieren. Die ist auch ganz schön hart, also entweder muss man die weich kneten oder in der Schlange, als ich dort eine etwa halbe Stunde gestanden habe, um zu bezahlen. Der Shop war mega voll, er war aber auch sehr günstig. Ich habe aber auch noch einen Gutschein von diesem Shop mitgenommen oder so eine Karte, wo man dann eben nach der Messe dann auch nochmal 20% bekommt. Und ich weiß natürlich nicht, ob es dann dort diese günstigen Messepreise, ob das die regulären Preise sind von diesem Shop oder ob das jetzt nur Messepreise waren. Das kann ich euch nicht sagen. Aber es war auf jeden Fall für diese Tortensachen, wo man normalerweise viel Geld bezahlt, doch relativ günstig. So, und zuletzt habe ich mir in diesem Shop solche Tortenplatten gekauft und zwar 10 Stück, 22 cm. Ich habe alle in Gold gekauft, weil ich die einfach schick finde in Gold. Ich hätte auch noch Silber mitnehmen können, die hatten sie auch da, aber ich finde Gold einfach viel schöner. So, und hier ist jetzt kein Aufkleber drauf, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie groß das Ganze ist. Aber ich nehme mal an, kann ich das ausmessen? Ich gucke gerade mal. Ja, genau, 28 cm, ich habe mir das schon gedacht, nee, ist gar nicht wahr, 29 cm hat er hier. Und dann wird das hier wahrscheinlich 32 cm oder so sein. Also das wird wahrscheinlich mein Zentimetermaß, ja, das ist mehr als 32 cm sogar. Weil hier sind wir ja schon bei 30 cm. Und dann haben wir hier noch so ein Stück, ich kann ja noch mal gucken. Ja, und dann kann ich dann ordentlich Torten backen und die sind nämlich schön dick und stabil. Und dann bleiben die Torten halt gut darauf stehen und man kann die dann gut transportieren und außerdem macht es eben noch mal richtig was her. Ja, und auch hiervon habe ich, glaube ich, einen kleinen Ausschnitt, den ich euch zeigen kann. So, und zu guter Letzt, auch von der Cake Dream, diese beiden Teile hier und zwar sind das Aromen, die man in Buttercreme mit einmischen kann. Und da habe ich hier einmal Karamelltoffee und einmal Himbeere. Und ich habe die dort probiert und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Und man mischt die einfach eben nur so ein paar Löffelchen mit in die Buttercreme und schon hat man eben dann diesen Geschmack. Ja, das ist natürlich super praktisch, wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll und man nicht unbedingt vorher noch selber einen Sirup einkochen will, dann kann man eben diese Sachen hier benutzen. Ja, und das ist dieser Shop, wo ich das gekauft habe. Torties heißt das. Und ihr seht hier, nach der Messe gibt es noch einen Rabatt. Und zwar habe ich dann diesen Flyer hier bekommen. Und ihr seht, wenn man dann auf die Internetseite gibt und eben diesen Code eingibt, dann hat man hier noch mal 10% Rabatt. Und das waren jetzt meine Einkäufe bzw. gibt es noch einen Teil, was ich dort gekauft habe für meine Freundin. Und leider, leider finde ich es nicht wieder. Entweder liegt es irgendwo in meinem Auto unter irgendeinem Sitz. Da habe ich heute noch nicht geguckt. Also ich habe schon überall gesucht, aber da noch nicht. Da werde ich noch mal gucken. Oder ich habe es vielleicht bei meiner Freundin liegen lassen. Das wäre ein bisschen schade, aber auch kein Weltuntergang, weil irgendwann fahre ich ja auch wieder hin und dann bringe ich sie halt mit. Und zwar war das so ein Set. Da war dann ein Schildchen, wie eine Parkuhr, wo man dann eben die Zeit einstellen kann, wie lange man, also ab wann man dort gestanden hat. Und da drauf war ein schönes Engelchen und da stand dann, ich fahre nicht schneller, als mein Schutzengel fliegen kann. Das fand ich so süß und dahinter war auch noch ein Eiskratzer. Und das fand ich mega praktisch und das habe ich ihr mitgenommen. Aber ich habe es momentan in meinen ganzen Tüten nicht gefunden und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es noch im Auto liegt, damit ich es ihr auch dann noch schenken kann. Hallo ihr Lieben, ja, ich bin jetzt hier gerade in Halle 4. Ich komme gerade aus der Cake Dream und ihr könnt mal gucken hinter mir, was hier los ist. Und ich erzähle euch jetzt, dass Halle 4 eine der weniger besuchten Räume sind. Also hier sind anscheinend nicht so interessante Sachen. Ich bin hier auch nur einmal kurz durchgegangen, weil ich es gar nicht so interessant fand. Ja, und dann könnt ihr euch vorstellen, wie es hier jetzt aussieht, wie es dann in den anderen Hallen aussieht. Ja, hier ist richtig was los heute. Okay, ihr Süden, ich wünsche euch was. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Messe, meine Messeerfahrung dieses Jahr. Ich bin nicht so abgeschreckt, dass ich nächstes Jahr nicht wieder hin möchte, aber ich glaube, nächstes Jahr würde ich nur ein, maximal zwei Tage hingehen und dann wahrscheinlich an den Tagen, wo sie aufmachen und noch einen Tag später und das Wochenende würde ich mir, glaube ich, schenken. Wobei natürlich bei der Cake Dream verpasst man schon irgendwie was, wenn man nicht hingeht. Das werde ich aber, glaube ich, dann so abstimmen. Mache ich im Moment viele Torten? Habe ich überhaupt Lust, wieder Torten zu machen oder habe ich da gerade keine Lust zu? Weil dann brauche ich mir die Sachen auch nicht kaufen und dann kann ich mir die Cake Dream sparen. Ansonsten würde ich halt auf jeden Fall wieder hingehen und von der Cake Dream auf jeden Fall noch ein bisschen was mir angucken und eben auch dort noch ein paar Schnäppchen mitnehmen. So, ich werde euch jetzt noch einblenden. Es gab Tortenwettbewerbe und da habe ich die verschiedenen Torten, die gemacht wurden, mal abgefilmt für euch und die kommen jetzt noch. Einmal Tortenwettbewerbe und da habe ich auch noch ein bisschen was mir angucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.